Nach dieser Rede wird Sekretaris Umur Karajia einen Gast vorstellen. Wir haben einen sehr geehrten Gast aus Georgien. Herr Sergio Ratjani ist Mitglied des Parlaments in Georgien. Er ist auch Professor für Philosophie an der Universität in Tbilisi. Ich bitte nun Herrn Ratjani um sein Schlusswort. Mein Wort ist ganz kurz. Ich grüße euch, Ahmadiyya Muslimin, 44. Konferenz. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Interkontrolläre, interreligiöse Dialog ist heute sehr wichtig. Die Werte, die sie erkennen, sind wichtig für die moderne Welt. Werte, die sie für Grundlage bedeuten, bringt uns näher und näher. Der Wert des Liebe ist euch wichtig. Ich, zum Beispiel, liebe für allen, hasse für keinen. Aber diese Werte sind auch nahe zu uns. Im Christentum zum Beispiel, Gott ist Liebe. Und wer in Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der Trennung von Politik und Religions ist für euch wichtig. Das ist wichtig auch für moderne Welt. Das ist auch wichtig für moderne Menschen. Und letzte, Frieden. Frieden ist sehr wichtig. Viele Menschen wissen, dass Salam Aleikum eine muslimische Grüße ist. Aber manche wissen, dass sie mit ihm Frieden schließen möchten. Das ist Frieden. Und Salam Aleikum, Ahmadiyya Muslim. Danke.